Oh, jetzt haben wir sogar gleich vier von denen. Jetzt kommt das ultra riesig. Wie lang werden wir dafür brauchen? Ja, aber echt. Jetzt eine Hochrechnung. Der Turm aus Glas bricht gleich zusammen. Ja, aber echt was? Genau, hau mich rein. Machen wir das. Ich hatte dir nicht zugedacht so nett zusammen. Jetzt herziehen können, ja. Das wär witzig. Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Okay, gehen wir nochmal rauf. Ah, aha. Was sehen denn meine geschulten Diebesaugen? Weiß ich nicht. Ich glaub, du musst morgen erst. Da oben bei so einer riesen Flasche. Oh fuck. Aber ich komm nicht hoch. Kriegt er nicht hoch. Das geht. Lalalalalalalala. Na ja, schlau. Ich halt. Ups. Sehr schlau. Oh schau, my lady. Oh la la. Kann ich ihnen eine Kiste geben? Ach. Das schon wieder. Geil, noch ein Lichträtsel. Geil, noch ein Lichträtsel. Geil, noch mal. Was? Achso, so ist sie richtig. Ah, genau. Und dann... Spreng einfach die Tür. Das müsste auch gehen. Stimmt. Das war beim... Zweierteil, glaub ich, war das cool. Da hat man sich durch diese Lichtstrahlen getötet, wenn man da reingesprungen ist. Ha, wirklich? Weil es so ein krasses Licht war. Ja. Gab auch ein paar witzige Tode. Wir brauchen da doch drei von denen, oder? Wie soll das noch mit zwei funktionieren? Ah, warte. Wenn man das Schild macht. Ist das vielleicht wirklich... Hä? Gefällt mir nicht. Warte, platzier das doch mal unten. Okay, warte. Jetzt kann ich dir mit dem Ritter, oder du mir, ja genau. Okay. Das gehört wahrscheinlich sogar so, wie wir es gelöst haben. Ja, aber ich glaube immer, wenn die Sachen offen bleiben, dann muss man es richtig machen. Jetzt nochmal. Fick dich. Das ist so ein Lichtstrahl. Ja, dann machen wir es halt so. Magst du springen? Wie oben. Magst du nochmal springen? Ah. Das wieder. Hä? Achso, warte. Schiss auf. Ja, genau. Da war's gut. Das gehört, glaube ich, nicht zu. Ach, eine Treppe ist kommen. Perfekt. Das war's gut. Cool. Da waren jetzt nochmal einige Secrets. Cool. Cool, ey. Schade, ich würde das gerne mitnehmen, das Portal. Das ist jetzt sicher eine Hilfe. Du wirst jetzt nie wieder zurückkommen, oder? Okay. Doch, doch. Geht immer beiseitig. Oh, da kann man stampfen. Stamp on the ground. Jump, 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 jump. Keine Spulli-Parade. Die Verarschung mit Arni und... Nein. Würstel in so ein riesen Senf-Glas reintummen. Nein. Das sind orange. Da oben sind alles Flaschen. Ah, nicht nur da oben. Nein. Magst du raufspringen? Da oben? Gibt's da oben was? Boah. Da kann man sogar stehen. Okay. Dat hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Fuck. Das ist ja mega geil. Boah, da Regenbogen im Hintergrund. Wunder, boah. Wunderbärchen. Hoppla. Schön, dass sie da runterfallen. Oh. 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 Vielleicht sollte ich's wieder auffrieren. Halt's auf. Ja genau. Musst du gleich wieder rausschieben. Das kennen wir schon. Sehr schön. Saurons Auge ist auch wieder dabei, oh jetzt haben wir sogar gleich 4 von denen. Jetzt kommt das ultra rätselig. Wie lang werden wir dafür brauchen? Ja, aber echt. Jetzt deine Hochrechnung. Entschuldigung. Das passt eh schon, glaube ich, oder? Ach so, na, blockiert dann das andere weg. Nein, das hat fast jetzt gepasst. Da kann man auch noch rauf. Aber nix. Okay. Ja, warte mal, das muss aktiv bleiben, oder? Ah. Hm. Jetzt bräuchten wir vielleicht noch den vierten Typen. Ah, was? Ja, nein, nein. Ich hab schon ne Idee, was? Ja, mach mal. Ja, du musst auch ne Kiste machen. Mach du eine Kiste auf die rote. Ich bin gespannt, was das für ein Origami wird. Wow. Jetzt bin ich aber baff. Okay. Buffy, die Vampirjägerin. Ganz vorsichtig. Nicht überstürzen. Der Turm aus Glas bricht gleich zusammen. Ja, aber echt was? Ja. Okay. Passt, das Auge hat sich wieder eingekriegt. Sehr schön. Nicht schlecht. Also, wie geil der Rätsel muss ich sagen. Not bad. Vor allem mit den Lichtern, Laser. Und die Brutale ist ein hitziges Level. Ja, ja. Generell haben sie so mehr Ideen drinnen, als bei den Vorgängern. Bei Trine 3 kommt man von, aber groß ist eigentlich immerlei. War meistens dasselbe, oder? Als Kisten kurz machen, um halt ein bisschen weiter zu springen. und rüberschwingen. Und das kommt mir auch länger vor. Beschwör deinen Schatten im Traum. Sprich diesen Zauber und er erobert den Raum. Rufst du ihn zurück, doch folgt er dir nicht? Finde Stärke und Mut und das gleißendste Licht. Aha. Halt dein Maul, du Scheiß-Bur. Gibt es eigentlich gerade eine Serie, die du anschaust? Und was symbolisiert dieser Aufzug? Nach Walking Dead? Oder nach äh... Game of Thrones? Das ist Donald. Ich hab jetzt mal am Wochenende... 2 geschaut? Also es ist noch nicht fertig, aber die ersten 4-5 Folgen haben am Skaten. Was? Zwei? Wie heißt das hier? Ich hatte als Kind schreckliche Angst vor einer alten Hexe. Von der kriege ich immer noch Altträume. Hört auf, von euren Träumen zu reden. Das ist gefährlich. Ist besser als The 100. Da gibt es nur zwei, die sterben müssen. Ja, jetzt mal. Na, The Purge Staffel 2. Ach so. So. Zwei. Da haben wir irgendwas übersehen, oder? Das ist zu einfach. Ja, kommt jetzt kurz vor. Aber so mittelmäßig The Purge Staffel 2. Zwei. Ja. Ja, weiß auch was immer. Wie ist sonst einmal irgendwas jetzt geschaut? Bewegen. Irgendwie wenig können sie schauen. Ich kann ja da sowieso entlang gehen. Ja, theoretisch schon. Das macht es einfacher. Ja. Ich habe mir so eine Mini-Serie angeschaut. Catch Prison Break. Entschuldigung. Ja. Also ein Kumpel hat immer wieder gesagt, ich soll mir das unbedingt anschauen. Das ist so geil. Ich habe mir glaube ich nur die erste Folge angeschaut. Ich habe mir da mal alle Staffeln angeschaut. Der fünfe glaube ich hat das. Und ab der dritten glaube ich wird es eigentlich ziemlich scheiße. Aber die erste Staffel und die zweite denke ich, die sind noch recht gut. Also vor allem die erste finde ich richtig gut gemacht. Und die haben wir jetzt wieder mal angeschaut. Die war ganz cool. Stell dir vor, da haben wir jetzt Besteck oben. Auf dem Tisch und dann alles abräumen. Aber dann schoben. Deller kann man sogar hochhauen. Man stampft. Ob das auch ein Achievement gibt? So Plastikteller. Die halten ja alles aus. Die machen so einen geilen Zerbrech-Sound aber sie zerbrechen gar nicht. Die machen auch mal gleichzeitig. Heben sie einfach ab. Siehst du das links, das Teller? Und meinem linken Tisch? Ja. Haha. Die stürzen einfach irgendwo hin. A frisslaser. Frisslaser. Gebrochen. Was hast du geschaut? Ähm, so eine Australien-Doku über Hotels in Australien. Bombastische Hotels. Mega. Wo die halt so gegeneinander kämpfen, wer halt das schönste Hotel hat. Bewerten sich halt dann gegenseitig. Ouh. Ouh. Und jetzt? Spät und... Ah, da ganz am Ende beim Raum gibt's nur ein Glas-Ding. Ah. Okay. Hm. Sie sind wirklich, oder? Ich seh's nur ganz kurz auf der Seite, wo ich's eigentlich bräuchte. Wir bräuchten's eigentlich auf der linken Seite, glaub ich. Warte mal. Warte mal, dann tue ich das da kurz bissl weg. Okay. Stimmt. Ja, warte. Genau. Ähm. Positionieren wir das mal hinter dem... Äh, äh, noch weiter rauf. Rauf, rauf, rauf. Rauf, rauf, rauf. Rauf, rauf, rauf. Hier so. Ja, fast. Das ist, dass es aufs Rote scheint. Ja, warte. Machen wir's so. Okay. Und jetzt, du das Glas-Ding so anheben, dass es nach oben leuchtet. Wow. Wie bin ich denn jetzt durchgekommen? Das ist jetzt schon wieder passiert, oder? Au. Da oben hätten wir irgendwas übersehen, glaub ich. Kann das sein? Schau's drauf. Da. 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 Okay, wenn man da durchchargt, dann springt man mega. Ah. War wirklich noch was. Da oben war Schalter. Geil. Jetzt ist aber weiter. Ja, da geht's weiter. Okay. Da. Einen nicht. Na, war doch interessant mit den, ähm, mit den ganzen Hotels. Waren ein paar echt hübsche, oder? Da war auch so eine Doku vor kurzem, oder nicht eine Doku, aber so Videos gesehen. Ähm, mit mir in Australien in Sydney, glaub ich. Sehr teuer ist zum Wohnen anscheinend. Und man kann sich da nur so kleine Apartments leisten. Und irgendein Architektenbüro, glaub ich, wird da vom Staat gespart. Dass sie die kleinen Apartments halt neu designen. Und die noch richtig cool und, äh, umgestalten. Das gar nicht so ungeräumig dann ist. So eben, da ist keine Ahnung, 35 Quadratmeter Wohnungen. Die muss aber dann echt ziemlich geil ausschauen am Ende. Okay. Noch mal auf. Geh weg vom Gitter schon, falls ins nichts. Miss May, oder? Von da jetzt so runter, hätte ich gesagt. Da runter. Achso, nein, kann von da nicht schießen. Ähm. Da oben. Was? Geh du mal oben ein, die Plattform. Ja. Ah. Da runter. Ich taus wieder auf. Okay. Arüber. Hilft dir das? Da hängen. Aber da brauche ich die. Da brauchst du mich, ne? Das sagst du doch einfach. Ja. Das beste Glied an der Kette. Ich könnte jetzt weiter gehen, aber das ist nicht die Lösung. Hm. Ah. Du bist jetzt auch unten. Warte, warte, warte. Na, das... Oh. Ja, okay, warte. Kannst du das weggeben? Ach, ausgezeichnet. Ja. Ja. So. Genau, hau mich rein. Machen wir das. Ich hatte dir nicht zugedaut, so ein Netz zu sein. Jetzt herziehen können, ja? Das wär witzig. Das ist in der Gange. Da comic. Ja. Da sind wieder auf der Bühne.